Ich grüße euch, euer Captain Rex. Ich bin wieder da, meine Freunde, Star Wars Freunde, euer Captain Rex ist wieder da, euer Stormtrooper in der Star Wars Lounge. Ihr seid total recht herzlich willkommen in der Star Wars Lounge am 10.10. kommt der nächste Trailer. Den werden wir dann sicherlich auch zeigen. Jetzt läuft gerade der etwas ältere Trailer, aber wir werden euch am 10.10. Marc Hemmel hat gesagt, er käme. Wollen wir mal Marc Hemmel den Tweet rausgehauen hat. Mal glauben, ist klar. Wir hauen jetzt auch alles raus. Alles muss raus. Ab Ende Oktober, beziehungsweise ab Oktober, ab jetzt sofort. Während ihr diesen Videoclip seht, könnt ihr alles günstig kaufen. Wir werden uns eigentlich mindestens 45, wenn auch 50% günstiger wie bei Amazon. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ist also kein Thema. Statt 4,95 dann nur 2,95 oder nur 2 Euro. Je nachdem. Ich habe schon einige Kunden, die gesagt haben, weißt du was, ich nehme das Ganze mit. Sollten die kommen, ist klar. Ich nehme mit. Egal, es sind 40 Figuren. Ich gebe dir 100 und tschüss. Und für so einen Helm hier, was weiß ich, 50, 60 Euro oder was weiß ich, 45, keine Ahnung, kommen wir so weg. Alles wird raus. Alles geht raus. So, was weiß ich hier für 25 statt 49. Ihr wisst, wie teuer diese Figuren waren. Die gehen dann für, was weiß ich, 29, 95 oder 20. Je nachdem. Deswegen, an dem Tag, wo das geschieht, kann man das vielleicht bei laufender Kamera machen. Schauen wir mal. Die Sendung sollte ja sein, so eine Art Verkaufssendung. Ihr müsst schon vorbeikommen. Das wird nicht geschickt. An alle Zuschauer, an alle Zuschauer. Nur wer hier in den Shop kommt, bekommt das günstig. Alle Kunden, die unseren YouTube-Kanal bekommen haben, die den mitgenommen haben, als Dings hier. Boah, hier so. Ne? Haben wir den ja mitgegeben. Kürzstoff überall dran, das ist klar. Ja, also wir hauen raus. Wir hauen raus. Die Figürchen gehen jetzt alle hier raus. Wir haben auch die großen Figuren hier. Ray, die kleinen. Dann haben wir hier die Rahmen. Wir haben hier alles. Wie gesagt, ab Oktober, wenn ihr Geschenke braucht für Weihnachten, hier geht jetzt alles raus. Wir haben auch das Fenster super toll gemacht. Wir haben auch die wunderbaren Bilder von Rupert Schneider ins Schaufenster gepackt, damit die Leute was zu sehen haben. Sieht auch gut aus. So eine richtig schöne Front von ihm gemacht hier. Wie sind die nicht? Das sind Unikate. Nein, er hatte einige gemacht, die wir dann, wie gesagt, dort ausgestellt haben. Schauen wir mal, was es bringt. Schauen wir mal, was Star Wars am 10.10. hier in den Videoclip bringt. Ob wir wirklich wieder Lust haben. Feuer und Flamme für euch mal. Sind wir ja sowieso. Sind wir sowieso. Die 150 Minuten werden wir uns anschauen am 14.12.2017. Ob wir jetzt mit dem Helm da reingehen und die 3D-Brille, wie gesagt, hier sind die 3D-Brille eingearbeitet. Oder ob wir mit dem Kylo Ren Helm, wo auch die 3D-Brille eingearbeitet schon ist, hineingehen und dann da sitzen und uns das dann anschauen. Fire Captain Rex ist da voll dabei und wird sich die 150 Minuten da anschauen. 150 Minuten Star Wars Episode 8 und wie gesagt, viele Figuren, die gehen jetzt on the way für echte Fans. Ich spreche an sich jetzt hier meine lieben Kunden an, die tagtäglich hier sind, die auch Fans haben, die auch wissen, dass jemand Fan ist. Wie gesagt, der Preis ist heiß. Amazon wird unterboden, komplett unterboden. Wenn Amazon zu dem Helm sagt 89,95, dann sagen wir nö, 69,95. Wenn Amazon sagt zu diesem Teil hier sage ich jetzt mal 6,95, dann sagen wir nö, 3,95. So, wir schauen uns an dem Tag Amazon an und unterbieten und ihr könnt mitnehmen. Hier vor Ort. Hier vor Ort könnt ihr dann alles mitnehmen, was da ist. Total unterboden, wie Amazon es in dem Moment anbietet. Wenn Amazon in dem Moment das gute Stück hier, was nicht stimmen wird, aber egal, 49,95 anbietet oder noch teurer, sagen wir nö, mindestens 20 Euro günstiger. So, ab sofort. Wer das Video sieht, hier in der Star Wars Lounge. Ihr wisst, wo das ist. Der Ultra HD Web TV. 100% Star Wars Begeisterte bei Facebook. Beim Sondersender NRW TV wird dieser Videoclip auch eingearbeitet und wie gesagt bei Ultra HD Web TV auch. Bei Instagram wird das eingearbeitet, Facebook sowieso und so weiter und so fort. Also, ihr dürft mich ruhig bei Wort nehmen. Wer hier reinkommt, die Kollegen wissen das, die hier schon waren. Preis ist heiß. Ich schaue mir das an, an dem Tag, wo ihr hier reinkommt und Amazon sagt zu dem, 109 Euro, sage ich, nee, ist nicht. Kriegt er günstiger. Feierabend. So einfach ist das. Ab sofort wird das jetzt hier im Oktober, November und Dezember. In den drei Monaten, Oktober, November und Dezember im Jahre 2017 wird das gemacht. Wer reinkommt in diesen Shop, bekommt die Ware günstiger, wie Amazon es anbietet. Und er kann es direkt mitnehmen. Verschicken geht nicht, das klappt nicht. Kann er jetzt nicht nach Hamburg schicken oder Frankfurt oder was weiß ich. Nee, das wäre, nee, drauflegen Geld. Wir legen jetzt viel Geld drauf, aber nur wenn die Kunden hier reinkommen und auch hier sind und hier auch vor Ort sind. Jeden Samstag haben wir ja auch von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, höchstens, ja doch, bis 12.30 Uhr und dann ist es Finish. Und dann kann dann, ne, erworben werden. Die Fenster sind sieben Tage zu sehen. Man sieht die Figuren dort, man sieht die Ware dort, man sieht die großen Figuren. Ihr könnt auch 1 zu 1 Cosplay-Sachen bekommen, auch wesentlich günstiger. Wie gesagt, Samstags können wir hier philosophieren, Samstags ist euer Captain Rex für euch da. Captain Rex wird für euch da sein und mit ihm könnt ihr dann philosophieren und sprechen. So, jetzt bin ich auch schon wieder weg, weil das sollte nur eine Ankündigung sein zum Kaufen, Verkaufen. Also, Ankauf tun wir nicht. Wir kaufen nichts an, wir verkaufen nichts an, wir verkaufen es selber, aber nur so eine Art Geschenk. Das heißt also, für Leute, die beschenkt werden sollen, für Weihnachten, ja. Das wird jetzt hier angeboten für Leute, die zu Weihnachten beschenkt werden sollen. Die können dann sich hier Sachen aussuchen und mindestens günstiger, wirklich günstiger, wie bei Amazon. Das kriegen wir hin. So machen wir das und ich wünsche euch was. Viel, viel Spaß. Ich habe mich immer gewundert, dass da jemand spricht. Ah ja. Dann habe ich gesehen, dass da jemand spricht. Den habe ich Gott sei Dank weggezogen. Keine Ahnung, wo ich den hingetan habe. Ah ja, genau. Genau, der Helm hier. Der Helm spricht hier zwischendurch. Weiß ich auch nicht, bin ich wohl aus Versehen an den... Oh my command. Ne? Oh my command. Feuer, FN-G187. Den könnte man an sich auch nehmen, als 3D-Geschichte. Aber Vorsicht mit der Nase hier, weil die ist nicht so einfach. Da ist so ein Nasenpitch hier eingebaut, da passt mit der Brille nicht. Aber jedenfalls hier auch 3D, da könnte man auch im Kino gucken. Aber das ist mehr Spaß. Das ist eine Art Spaßmaske, die ich da nicht so jetzt empfehle, wie ich die anderen Masken empfehle. Von Kyle Rayne oder von Riven. Die Maske oder von den Rittern von Renn. Die Masken, die empfehle ich. Die sind super. Die kommen aus England. Und das hier ist so eine Art Disney-Maske da zum Rumspielen. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Und wie gesagt, so gibt es dann, was weiß ich, für 15 Euro oder so. Also ich schaue dann vorher nach, was Amazon haben will. Und dann wird das weit unterboten werden. Ja. Aber erstens haben wir viel Spaß. Es geht um den Spaßfaktor. Sich über Star Wars zu unterhalten. Über die Geschichten von Star Wars zu unterhalten. Und dann sehen, wie einer mit leuchtenden Augen rausgehen. Ein Kind vielleicht geschenkt wird. Wenn der Vater sagt, komm, so günstig, nehmt mit. Okay. Ja. Also das ist jetzt im Oktober 2017, November und Dezember 2017. Und alles gültig bis zum Film. Und nach dem Film dann halt bis Ende des Jahres. So. Und wenn dann hier alles weg ist, ja, dann schauen wir mal, ob wir Neues oder uns irgendwas Neues ausdenken. Im Jahr 2019 wissen wir ja noch nicht. Denken wir gerade drüber nach. Aber das Angebot steht. Wer braucht, der bekommt aber leider nur hier vor Ort. Ihr müsst schon hier reinkommen. Schaut euch das anschauen. Und dann kriegen wir das hin. Wir haben natürlich auch viele Sonderaufträge jetzt, die wir hier noch machen müssen. Weil jemand, wie gesagt, ein bisschen kommen wir da drauf. Der möchte nämlich, wie gesagt, jemanden auch beschenken. Der möchte halt so Evox. Dann müssen wir Evox besorgen, auch ein Diorama machen in einem Bilderrahmen. Und wir machen ja auch Bilderrahmen in Diorahmen und so weiter und so fort. Ja. Und diesbezüglich machen wir das dann. Okay. Das war's. Ich bedanke mich hier in der Star Wars Show, hier in der Star Wars Lounge. Und ich freue mich immer, wenn ihr euch sehen lasst und wir sehr, sehr viel Spaß haben, um hier einiges machen zu können. Und vor allen Dingen, wenn ihr Sachen mitnehmt, die euch gefallen. Und ich weiß, ich weiß, euer Captain Rick weiß, dass jemand das bekommt, der sich wirklich freuen wird, dass er das bekommen hat. Also nicht unbedingt das. Ihr wisst schon, was ich meine. Na? Ist klar. Und kriegen wir auch hin. Kriegen wir hin. Kein Thema. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.